Wir werden in dieser Woche am Donnerstag eine Regierungserklärung der Bundeskanzlerin zum Thema Europa haben, in Vorbereitung auf den informellen Rat am Ende dieser Woche. Und diese Regierungserklärung wird uns wieder einmal deutlich machen, wie notwendig es ist, dass wir jetzt rasch eine handlungsfähige Regierung bekommen, damit wir aus Deutschland aus unser ganzes Gewicht in die Beratungen in Europa auch legen können. Und deshalb kann ich nur hoffen, dass die Mitgliederbefragen bei der SPD zum Ergebnis führt, dass wir in diese große Koalition eintreten können und dem Land endlich eine handlungsfähige Regierung stellen können. Es ist auch deshalb notwendig, dass wir uns bei einigen wirklich wichtigen Fragen in Europa und auch der Welt an den Koalitionsvertrag alle halten. Da ist zum Beispiel auf der Sicherheitskonferenz am vergangenen Wochenende in München von allen Seiten aus erklärt worden, es muss für die Bundeswehr mehr getan werden. Und dann höre ich, dass der Außenminister sagt, das Zwei-Prozent-Ziel, das in der NATO vereinbart ist. Eine Vereinbarung, an der auch SPD-Außenminister teilgenommen haben, sei so nicht zu machen. Im Koalitionsvertrag steht aber genau das drin, dass wir nämlich die NATO-Verpflichtungen erfüllen wollen. All dies zeigt, dass die Zeit der Irritationen und wo jeder hier sagt, was er für richtig hält, beendet werden und dass wir in eine Koalitionsdisziplin hineinkommen, die auch die wichtigen Fragen, die jetzt auf Antworten in Europa und der Welt warten, von der Koalition gemeinschaftlich beantwortet werden.